Book 2 37 Unterwegs Er fährt mit dem Motorrad. Er fährt mit dem Fahrrad. Er geht zu Fuß. Er fährt mit dem Schiff. Er fährt mit dem Boot. Er schwimmt. Ist es hier gefährlich? Ist es gefährlich, allein zu trampen? Ist es gefährlich, nachts spazieren zu gehen? Wir haben uns verfahren. Wir sind auf dem falschen Weg. Wir müssen umkehren. Wir müssen umkehren. Wo kann man hier parken? Gibt es hier einen Parkplatz? Wie lange kann man hier parken? Fahren Sie Ski? Fahren Sie Ski? Fahren Sie mit dem Skilift nach oben? Kann man hier Ski leihen? Kann man hier Ski leihen? Fahren Sie fahren Sie sagen Ticke, Wenn Sie jetzt sein, bei Schweifen worried